Hey, da ist noch ein Vegeta! Geh vielleicht auf den! Der einzige Grund, warum ich eine Auerkapsel dabei habe, ist die, dass ich die auch benutze, wenn ich sie schon habe. Oh nein! Geh nicht ganz lang, Kuckuck, du! Au, das tut ja richtig weh! Wie geht's? Wie ich habe die wegballert? Was haben Sie alle erwartet? Kommt mal Leute, schnell und helft! Sie werden mich alle verabschieden? Hörkjul? Stopp die Mose und Bote, Hel! Hörkjul und leid mir deine Macht! Hörkjul? Well, we can't be here. This had to be said to save their troops. Ah, and this is another life. I hope you'll report someone good this time. See ya! Your training is really paying off. So keep it at it. Oh, we can breathe easier for a bit. Hurry on back. Trucks has just regained consciousness. Hold on. I saw something. In hell. Mira had an ally other than Janimba with them. What are you saying? Their goal has been to collect energy from all the battles we've had so far. That means they're probably gathering up energy right now. Und sie verschwinden, damit's irgendwie nicht zu Zeitverwirbelung kommt. Offenbar. While fighting as a god, you somehow absorbed its power. Very impressive, even for a truly rare talent. We're having a conversation here. Oh. An Entscheidungskampf und ein Gott. Jetzt bin ich gespannt, was der kann. Woot, wir haben, ein Würmer in Lightning. Mhm. Woot, wir haben es nicht zu sagen. Wir sind nur für die Schöne, eine große intolerante. Oh, wir sind da. Wo, 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 wo! Wo, wo! Wo, wo! Wo! Wo, 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 wo! Wo, wo, wo! Wo, wo, wo! Wo, wo, wo! Maybe I should destroy you! Ah, Polo from us, please! Hm? And you are? It's me! It's me! It's me! It's a great kind of time! You're out there some folks doing this thing with space time! Do you think you could have clear a minute or two? I don't know what you're going on about. But do me. What will do? Have you heard him? Now, the boy is in your business! He still can't win! Awesome! This fast fighter is really strong! What's more? I still feel like I've seen him somehow! We don't have time for speculation! Just knock him out already! Well? Yeah! It'll be just another second, okay? I feel pumped just watching this! You sweet Saiyajin? Nonsense! You've got a joke with me, remember? Oh, please! Am I the only safe person, Les? This is getting silly! I just have to roll with the... Good, 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 good! Good, 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 good! Show me! What do you have? I have to show you! Okay, sie hat ne Idee, aber wir kommen nicht dazu sie auszutesten, bis ich den Saiyajin der Plattdown habe. Time to die! Ich will mal so von den Sondereffekten geraten, es ist Bardock in irgendeiner Form. Der zu oft zu blocken! Mein Gott, ne! Hey! Ich komme hier auch zu nix! Warum? Man! Ich weiß das Gesicht! Es ist Bardock! Na, klasse, hab ich den da vor mir! Na, wundervoll! Ja, misch dich bitte ein! Hau mir da für mich platt! Denn ich habe kaum Ausdauer und... Naja, er hört mich hier gerade zu brei. Gott, 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 Gott! Ich kann ihm nicht ausweichen! Für den Fall, dass du wieder blockst! Sehr ordentlich! Oh! Ja, das... Sollte jetzt nicht zu weit gehen. Bisschen doof von mir... Mann! Die Dialoge dauern alle viel zu lang! Hey, hey, now! Das war ein ziemlich poor Sch... Halt! Die! Fresse, Kalin! Alright, I'm tired of this. I can't take anymore. I've got half a mind to destroy you all right now! Not like this! He'll destroy everything! Stop right there! Supreme Kai of Time! I'm sending in my surprise! Hand it over to Lord Beerus! Oh my! It's pudding! It's pudding! And the heaping helping of it too! If you promise not to destroy the universe, you can have all of that pudding! Is it a deal? Hmm... 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 Yes, all right. Ahaha! Okay! No more fighting now! It's pudding time! Hey, uh... Could I have one of those? I'm starved! Help yourself! You want one too? No! What a buzzkill! We will finish this later! Might you spare me a cup as well? I can always send more if that isn't enough! That's why I made tons of it! Haha! Pardon me for one moment! Did you say you made this pudding? That's right! Sure did! My stomach! I can't move! Haha! He's in that side and he's good! He's quite upset now! This won't do it all! He must be subdued! Your assistance is required! Na toll! Das pudding Problem! Bill's Zorn! Haha! Natürlich! Nur er kann über Pudding so ausslippen! Erwiesen meine HP wieder voll! The last time he was this angry, he extinguished two sons! Supreme Kai of Time! You're thinking of the cause of this! It's driven the god of destruction mad! Oh! There's nothing like this! Please, that was not a curse! I would really like to avoid any further trouble! Yes! Last it all! I'm gonna take it for a fight! No! No! After what you ate, it's no longer a possibility! Just bless her! No! You're you! You're quite a good! You have a level of strength that is rare! Even among the Saiyans! Looking for work? You're the next god of destruction! ich werde markieren will sich auf seinen assistenten stürzt assistent lehrmeister stärker als er und so was den drei bräuche nicht zu gehen hier sind nicht genug steine die rumfliegen können und du bist jetzt meinen ganzen haufen laser geht doch ein bisschen stärker als die hirn spieler na geschefft trainierungen wirklich pflegen so kiept ja ja You appear to have relaxed, Lord Beerus. Yeah, and my stomach cramps are finally gone too. I didn't expect to see Lord Beerus. We really cut that one close. Don't you dare. Are you trying to kill me? I'll have no more of your cooking. All of this has worn me out. Let's go, Wees. Yes, my lord. Thank goodness. It looks like Earth didn't get destroyed after all. I'm not sure why you're here, but thanks for all the help. I really... Ja, ja. Nebstefektor. Okay, ich muss mich doch ein bisschen auflemmen, wenn ich das überleben will. Wobei, was kann hier nach noch kommen? Viel weiter ist das andere Xenoverse auch nicht gegangen. Dann kam der Migra. Das ist ein tolles Arbeit hier. Wir waren wirklich auf der Brink des Disaster heute. Ich bin sorry, Lord Beerus. Ich könnte ein extra-speciales Essen für Sie als eine Entschuldigung machen. Thanks to someone's cooking. Come on. It wasn't that bad. Things might have gone a lot worse without my pudding. Still. Mira and the masked Saiyan both got away in the end. Yeah. They'll definitely try something different now that we've seen both of them at work. But what will they try this time? Das ist eine gute Frage. Fragen wir sie doch. Ein andermal. Das Ende des Kampfes der Götter. Tolle Errungenschaft. Ja, ja. Schon gut. Mach den Oberöldesten. Also, ich hatte den Oberöldesten. Und zu Freezers Orbiter muss ich auch wieder. Und es gibt wieder einige Lehrmeister mehr. Ja, das mache ich aber ein andermal. Erstmal auf Quests. Muss sowieso einen ganzen auf den Quest machen. Möchtest du denn die ganzen Lehrmeister? Das ist sehr, sehr einfach gemachte Erfahrungspunkte. Was ist das jetzt schon wieder für eine Mucke? Warum ändern sie das jedes Mal? Was soll die Scheiße? Hätte es nicht bei Musik 1 bleiben können. Mann. Was sind das für schiefe Töne, die die hier spielen? Schockschwere Not. Nein, 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 nein. Ich kann euch das nicht antun. Die Aufnahme endet hier. Bis zum nächsten Mal wieder. Verdammte Scheiße nochmal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.